Jetzt geht's um die Wurst. Ah nein, ums Ei. Frohe Ostern! Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und dieses ist das dritte und somit letzte Video meines kostenlosen Osterworkshops. In Teil 1 hast du alles rund um das Thema Präpositionen gelernt. Im zweiten Video ging es um Textkonnektoren und wie du damit bessere Texte schreiben kannst. Und heute lernst du die vier Elemente beim Sprachenlernen kennen und ich zeige dir, wie du damit dein persönliches Ziel beim Deutschlernen erreichst. Du kannst entweder alleine lernen oder mit mir gemeinsam, denn zu Ostern gibt es tolle Kurspakete von mir. Dazu aber später mehr. Du bekommst alle Materialien zu diesem Workshop kostenlos über den Link unter diesem Video. Wenn du schon angemeldet bist, dann hast du alles bereits in deinem E-Mail-Postfach. Also, bist du bereit? Dann geht's los! Du kennst die vier Elemente des Lebens. Feuer, Wasser, Erde und Luft. Ohne sie würden wir nicht existieren. Beim Sprachenlernen gibt es ebenfalls vier Elemente. Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Um perfektes Deutsch zu lernen, brauchst du alle vier, denn nur so kannst du wirklich große Fortschritte machen. Lesen und Hören sind rezeptive Kompetenzen, auch Input genannt. Das heißt, du nimmst etwas auf. Sprechen und Schreiben sind produktive Kompetenzen, auch Output genannt. Du produzierst also etwas. Du lernst am effektivsten und schnellsten, wenn du etwas selbst sagst und irgendwie tust, also Output produzierst. Das siehst du am unteren Teil dieser Lernpyramide. Und damit du Output produzieren kannst, brauchst du Input. Über irgendein Thema müssen wir ja sprechen oder schreiben können. Und das funktioniert so. Suche dir ein Thema aus, das dich interessiert. Und damit meine ich ein Thema, an dem du wirklich Spaß hast und das du vielleicht auch in deiner Muttersprache schon gut kennst. Für mich zum Beispiel ist das in letzter Zeit das Thema Klimaschutz, weil mein aktueller Lernroman davon handelt. Das heißt, ich schaue mir alle möglichen Videos darüber an, lese Artikel oder spreche mit Freunden und Familie über ihre Meinung zu dem Thema. Für dich kann es jedes beliebige Thema sein, ganz egal, vielleicht ein Sport, dein Heimatland, deine Kinder, Kochen, Musik, Reisen und so weiter. Wenn du ein Thema hast, dann fang an zu recherchieren und werde Experte in diesem Thema. Du kannst dir Artikel auf Wikipedia heraussuchen, Videos auf YouTube, Podcasts, Interviews, ganz egal, Hauptsache du hast Input. Nimm dir ein paar Stunden Zeit und arbeite dich in dieses Thema ein. Wichtig, schreibe auch Fragen dazu auf, die du beantworten möchtest. Für das Thema Klimaschutz zum Beispiel könnte man fragen, welche Probleme es derzeit auf der Welt gibt. Welche Länder besonders stark betroffen sind oder was wir Menschen tun können, um das Klima zu retten. Schreibe dir die Wörter auf, die zu deinem Thema passen, denn jedes Thema hat einen bestimmten Wortschatz und den willst du lernen. Beim Klima etwa sind es Wörter wie Maßnahmen, Klimawandel, Weltmeere, Verschmutzung, Überschwemmung und so weiter. Diese Wörter brauchst du später für dein Output. Schreibe dir auch Sätze oder Phrasen auf, die du liest oder hörst und die dir gut gefallen. Die kannst du nämlich später selbst benutzen. Das sind zum Beispiel Redemittel oder ganz bestimmte Phrasen. All das gehört zu deinem Input und je besser dein Input ist, umso besser wird dein Output. Und ja, es kostet Zeit, aber am Ende wartet das C-Niveau auf dich. Wenn du genug Input hast, dann geht es ans Output, Schreiben und Sprechen. Ich würde mit dem Schreiben anfangen, denn da hast du Zeit nachzudenken und kannst dich besser ausdrücken. Schreib einfach mal auf, was du gelernt hast. Das kann am Anfang ein totales Chaos sein, das ist gar nicht schlimm. Fang irgendwo an, du kannst es jederzeit ändern. Du kannst eine Zusammenfassung schreiben, deine Meinung zum Thema oder eine Diskussion mit einer anderen Person führen. Oder schreib eine E-Mail und erzähle jemandem von deinem Thema. Du musst die E-Mail auch nicht abschicken, die kannst du für dich behalten. Und als nächstes geht es ans Sprechen. Erzähle von deinem Thema, entweder einer anderen Person oder dir selbst im Spiegel. Stelle Fragen und antworte darauf. Oder sei mutig und drehe ein Video. Präsentiere dein Thema, denn dadurch wirst du zu einem Experten und das ist der effektivste Weg. Die Input-Output-Methode ist wissenschaftlich fundiert. Ich habe sie damals im Germanistikstudium gelernt und ganz erfolgreich für mich beim Spanischlernen angewendet. Ist dir ungefähr klar, wie das funktioniert? Mache ein Thema nach dem anderen. Niemals alles auf einmal, denn das endet meistens in Tränen oder einer Depression. Aber welche Themen brauchst du? Das ist ganz individuell. Dazu machst du dir am besten einen Lernplan, der dir eine bessere Struktur gibt. Ich habe dir den Lernplan der Links der Academy in die kostenlosen Materialien zum Workshop gepackt. Du kannst ihn dir also über den Link unter dem Video herunterladen. Wie du siehst, steht ganz oben dein persönliches Ziel, denn das ist am wichtigsten. Wozu lernst du jetzt gerade Deutsch? Darauf baut dein kompletter Plan auf und er gibt dir Struktur und Hilfe, wenn du nicht weiter weißt. Sag nicht einfach, ich will mein Deutsch verbessern, sondern werde konkret. Brauchst du Deutsch für deinen Beruf? Wenn ja, für welchen Beruf? Welche Kenntnisse brauchst du in diesem Beruf? Musst du mit vielen Kunden sprechen oder mit deinen Kollegen oder musst du eher E-Mails schreiben oder doch etwas ganz anderes? Hast du vielleicht eine Deutschprüfung vor dir? Wenn ja, welche Prüfung? Goethe, Telk, Testdorf, DSH? Wenn das dein Fall ist, brauchst du speziell für diese Prüfung einen Lernplan für keine andere. Und darin geht es immer wieder um dieselben Themen, die zeige ich dir später. Schreib mir dein Lernziel in die Kommentare, denn dann hast du schon den ersten Schritt geschafft. Nächster Schritt. Mache eine Analyse von deinen Stärken und Schwächen. Was kannst du schon gut und worin bist du noch nicht so gut? Sei ganz ehrlich zu dir selbst. Um schnelle Fortschritte zu machen, solltest du vor allem an deinen Schwächen arbeiten und auch hier sag nicht einfach, ich bin schlecht in Grammatik, sondern arbeite an den Themen, mit denen du die größten Probleme hast. Auch wichtig, wie viel Zeit hast du? Mit Job, Familie etc. hast du vielleicht nur zwei bis drei Stunden pro Woche. Das ist aber schon ein sehr guter Anfang. Auch hier ist es wichtig, ehrlich zu sein. Klar will jeder von uns zehn Stunden pro Woche lernen, aber haben wir diese Zeit wirklich? Setze dir lieber ein kleineres Ziel, denn wenn du von den zehn geplanten Stunden nur drei schaffst, wirst du dich ziemlich schlecht fühlen. Aber wenn du von drei geplanten Stunden drei schaffst, dann fühlst du dich super. Auch eine Stunde pro Woche ist besser als keine und besser mehrmals pro Woche eine halbe Stunde als alles an einem Tag. Und jetzt kommen wir mal zu den Inhalten deines Lernplans. Es ist wichtig, dass du qualitativ hochwertige Materialien benutzt. Nicht alles aus dem Internet ist gut. Lehrbücher sind meistens eine super Option, denn sie geben dir alle wichtigen Inhalte und eine Struktur dazu. Such dir das Buch aus, das dir am besten gefällt und fange erst mal mit nur einem Buch an. Es gibt natürlich auch sehr viele gute Online-Materialien, zum Beispiel die der Deutschen Welle. Der Nachteil ist natürlich, dass du ganz alleine lernen musst und keinen Lehrer an deiner Seite hast, der dich korrigiert und deine Fragen beantwortet. Deutschkurse sind natürlich viel effektiver als jedes Lehrbuch, aber die Suche nach dem perfekten Kurs kann anstrengend sein und sehr teuer. Außerdem ist man zeitlich nicht so flexibel oder man schafft es nicht, den Kurs rechtzeitig zu beenden, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Wenn du aber einen Deutschkurs suchst, in dem du nicht nur alle vier Elemente des Lernens abdecken kannst, sondern auch zeitlich flexibel und jederzeit lernen kannst, in dem du lebenslangen Zugang zu allen Materialien und Inhalten hast, die zu deinem persönlichen Lernziel passen. Dann sind meine Deutschkurse möglicherweise das Richtige für dich. Denn wir setzen gemeinsam deinen Lernplan um und bringen dich an dein Ziel. Mein Konzept heißt Betreutes Selbstlernen. Du bekommst alle für dich wichtigen Inhalte auf einer Online-Lernplattform von mir, auch für die Prüfungsvorbereitung. Ich korrigiere deine schriftlichen Texte und gebe dir Feedback, wie du dich verbessern kannst. Wir machen wöchentliche Zoom-Konferenzen, in denen wir über verschiedenen Themen diskutieren. Du kannst mir natürlich jederzeit deine Fragen stellen und es gibt eine tolle Linkster-Community, in der du die anderen Teilnehmer kennenlernen und mit ihnen gemeinsam lernen kannst. Du bist also nicht alleine. Welche Kurse gibt es bei mir? Da wäre einmal der komplette Grammatikkurs, der komplette Wortschatzkurs und der ultimative C1-Kurs. Zu Ostern habe ich dir ein Hammer-Kurspaket gemacht. Dazu gehören nicht nur die drei Intensivkurse, sondern auch meine vier Romankurse. Dazu aber gleich mehr. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Kursinhalte. Der Grammatikkurs besteht aus über 50 Videos, hunderten interaktiven Übungen sowie dutzenden kreativen Schreibaufgaben. Unter jedem Video findest du die Zusammenfassung der wichtigsten Informationen und natürlich hat jedes Video auch ein Transkript und Untertitel. In den kreativen Schreibaufgaben kannst du die Theorie in die Praxis umsetzen. Ich werde deine Texte korrigieren, damit du ganz schnell ganz große Fortschritte machst. Wir decken alle Grammatikthemen ab, die bis B2 wichtig sind. Es kommen auf dem C-Niveau im Prinzip keine neuen Themen dazu. Sätze werden einfach nur länger und der Wortschatz etwas schwieriger. Du lernst intensiv den Satzbau in Haupt- und Nebensätzen, den Konjunktiv 1 und 2, das Passiv mit all seinen Formen, das Plusquamperfekt, Futur 1 sowie Futur 2, Objekte und Adverbiale im Satz, komplexe Satzstrukturen, dann Präpositionen, Partizip 1 und 2, Nominalisierungen und Verbalisierungen. Wir machen Satz- und Textanalysen, arbeiten an deiner Rechtschreibung und du bekommst natürlich Modelltests der wichtigsten Deutschprüfungen für B1 und B2, damit du dich mit mir gemeinsam optimal vorbereiten kannst. Nun der Wortschatzkurs. Darin lernst du die 3500 wichtigsten Wörter bis B2 in einem sinnvollen Kontext, um über 90% der deutschen Alltagssprache zu verstehen. Das sind über 50 Lektionen mit mehr als 100 interaktiven Übungen, Texten, Audios und kreativen Schreibaufgaben. Wir decken die wichtigsten Themen ab. Dazu gehören Alltag und Freizeit, Arbeit und Studium, Reisen, Umwelt, Gesundheit, Konsum und Medien, Technik und Technologie, deutsche Landeskunde, du lernst Redemittel, Redewendungen und die wichtigsten Nomen-Verbverbindungen. Auch hier bekommst du Modelltests der wichtigsten B1- und B2-Prüfungen. Wenn du spezielle Themenwünsche hast, lass es mich wissen, denn dann kann ich für dich weitere Materialien organisieren. Jetzt zeige ich dir mal die Inhalte des C1-Kurses. Die habe ich in Kooperation mit der Universität Saarbrücken entwickelt. Sie basieren also auf der jahrelangen Expertise von Wissenschaftlern. Es sind über 100 Lektionen zu den wichtigsten Themen aus Alltag, Landeskunde, Kultur, Beruf und Studium, Umwelt, Gesundheit, Sport sowie Themen aus Wirtschaft, Politik und Technik. Das Beste an diesem Kurs ist, du kannst dir die Themen aussuchen, die für dich wichtig und interessant sind, denn darum geht es bei der Input-Output-Methode. Du trainierst intensiv deine Lese-, Hör- und Schreibkompetenzen sowie deine Grammatik. Du wirst einen breiten Wortschatz und viele Redewendungen lernen, damit du dich stilistisch besser und gehobener ausdrücken kannst. In den beiden Modulen zu Textkompetenzen lernst du, wie man verschiedene Textsorten produziert, Diskussionen führt, Zusammenfassungen oder E-Mails schreibt, Grafiken beschreibt und noch vieles mehr. Das ist der ultimative Kurs, um deine Kenntnisse auf das C-Niveau zu bringen. Auch in diesem Kurs gibt es natürlich Modelltests für B2 und C1, damit du dich optimal vorbereiten kannst. In allen Kursen gibt es eine Abschlussprüfung, die ich für dich korrigiere und darauf bekommst du dann dein Abschlusszertifikat. Du kannst ganz beruhigt in deinem eigenen Tempo arbeiten und die Kurse abschließen, wann du möchtest. Wenn du also mal in den Urlaub fährst oder aus einem anderen Grund eine Pause brauchst, ist das kein Problem. Aber jetzt die große Frage, was kosten diese Intensivkurse mit allem, was du für dein persönliches Lernziel brauchst? Das ist doch bestimmt unbezahlbar, oder? Nein, ist es nicht, denn ich möchte Bildung für euch bezahlbar machen. Daher gibt es zu Ostern wieder tolle Kurspakete mit Rabatt von mir und dieses Mal habe ich ein Angebot, das es vorher noch nie in der Linkster Academy gegeben hat. Alle drei Kurse plus meine vier Romankurse in einem Paket. Der Wert dieser sieben Kurse liegt bei über 1500 Euro, aber zu Ostern zahlst du nur 699 Euro oder in bequemen Monatsraten ab 129 Euro. Gut, oder? Das ist die beste Investition, die du in deine Bildung und in deine Zukunft machen kannst. Es gibt auch andere Pakete, zum Beispiel Grammatik und Wortschatz, falls dein Ziel B2 ist, sowie Grammatik und C1, wenn du schnell auf das C-Niveau kommen willst. Diese Pakete gibt es sogar schon ab 97 Euro pro Monat. Und zu diesen Paketen schenke ich dir jeweils zwei meiner Romankurse, die zum Niveau des Pakets passen. Meine Romankurse bestehen jeweils aus circa 100 bis 130 Seiten mit Erklärungen zu schwierigen Wörtern. Es sind immer 30 Kapitel, zu denen du nicht nur den Text und die Audioversion bekommst, sondern auch das Hörbuch als Video mit mir und es gibt einen Haufen interaktiver Übungen, damit du dein Verständnis sowie deinen Wortschatz und deine Grammatik trainieren kannst. Damit hast du alles, was du zum Lernen brauchst und mich an deiner Seite. So wirst du nicht nur schnelle Fortschritte machen, sondern auch Spaß am Lernen haben. Übrigens gibt es wieder etwas ganz Besonderes für die ersten 20 Teilnehmer. Ein 20-minütiges 1 zu 1 Gespräch mit mir persönlich, in dem wir individuell an deinem Lernziel arbeiten. Sei also schnell und verpasse diese Chance nicht. Willst du die nächsten Monate nutzen und dein Ziel erreichen, dann melde dich jetzt an, denn das ist deine Chance, das Jahr 2024 mit ganz neuen Deutschkenntnissen zu beenden. Die Anmeldung läuft noch bis Montag, den 1. April, du hast also fünf Tage Zeit, um dabei zu sein. Übrigens, wenn dir der Kurs nicht gefällt, kein Problem, du kannst innerhalb von 30 Tagen kündigen und bekommst dein komplettes Geld zurück. Schreib mir einfach eine Mail. Du hast also absolut kein Risiko. Schau dir alles in Ruhe an und überzeuge dich selbst von meinen Kursen. Alle Infos zur Anmeldung sowie weitere Infos zu den Kursen findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Und wenn du noch Fragen hast, schreib mir einfach einen Kommentar und ich werde dir weiterhelfen. Ich freue mich schon riesig auf die Zusammenarbeit mit dir und sag dann mal Tschüss, bis bald im Kurs. Deine Deutschlehrerin Julia